Das geht doch jetzt auch nicht an. Na gut, na gut. Soll mir recht sein. Dann haben wir eben noch mal Spaß. Muss ich eigentlich nur aufpassen, dass ich nicht allzu viel Leben verliere? Aber ernsthaft, das Ding macht Laune. Also echt kein Vergleich zu dieser Nessflasche. Jawohl, und das hier. So gefällt der Kerl mir. Ah. Riech dir noch lang die Finger an mir. Na? Wo kommst du her? Ich hab keine Angst vor dir. Mein Messer ist schärfer. So, jetzt aber. So, bisschen auftanken. Okay, also dafür, dass es so grottig sein soll, gefällt mir jetzt diese Passage ganz gut. Naja gut. Wahrscheinlich sind dann die anderen Figuren umso grottig auch. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Cyclops irgendwas Interessantes zu bieten hätte. Also, geht doch. So, du weg. Du weg. Naja. Jetzt muss ich da mal noch ein bisschen aufpassen, damit der Kerl mir nicht ständig aufs Dach steigt. Am besten ein bisschen vorkommen lassen. Ja, doch, das sollte gehen. Ein bisschen vorkommen lassen. Dann den. Wow, 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 wow. Sei friedlich, Alter. Sei ein Friedenspanzer. Nein, du sollst nicht zurückgehen. Du sollst vorkommen. Ich sehe dich lieber weglaufen, als auf mich zumarschieren. Sag mal, hast du irgendwie Angst vor mir? Komm schon. Sei cool. Sei aggressiv. Böööö. Ganz doch, der Kerl hat Angst vor mir. Ich glaub's ja nicht. Tschüss, Hase. So. So. Ja, weil auf die Methode sollte es eigentlich klappen. Und da hab ich für den Sentinel genügend. Aber ich wüsste mal echt gern, was du eigentlich für ein Ding sein sollst. Sowas hab ich auch noch nicht gesehen. Kleiner Sentinel, oder? Bööö. Ein Hubsfrosch? Mööö. Du Spaßbremse. Jetzt hat er mich doch erwischt. So. Und durch. Na also. Okay, jetzt hab ich doch mehr verloren, als ich wollte, aber... Naja, gut. Was ich nur noch drauf achten, damit der Kerl mich da nicht erwischt. Ich wüsste ja nur zu gern, da hinten hat so ein Symbol. Aber wie soll ich da dran kommen? Nein, die Dinger fallen auseinander. Okay, äh. Irgendwie bin ich eindeutig so blöd, um an diese Symbole ranzukommen. Aber... Das ist ja nichts Neues, dass ich bei sowas eigentlich total untalentiert bin. Ah Mann! Jetzt will die schon extra mit extra viel Leben da rauskommen. Na, aber jetzt arbeite ich doch mal echt mit Safe State. Vielleicht kriege ich's hier... Vielleicht schaffen wir's ja. So. So. Ah, okay. Wie? Fritzel du mich mal. Ah, weg da! Lieber lasse ich mich von dir treffen, als von dem. Ah! Macht eindeutig mehr Schaden. Damit könnte es klappen. Ne, da unten waren wir auch noch platt. Jawoll! Das klappt. Oh Mann! Komm schon, Jungs! Ha. Leckt mich. Wie der Franzose so gerne sagt. Okay, also auf die Methode klappt es ganz gut. Und die da unten waren wir auch natürlich noch gleich fertig. Hey, die Methode klappt echt hart. Ha! Wow, 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 wow. Okay, da war ich jetzt übermütig. Gebe ich zu. So. Ja, ich und mein Scheiß-Hüber-Mut. Was? Hab ich ihn? Jawoll! Haha, okay. Das gefällt mir. Bye-bye! Haha! Gut! So, der ist auch durch. Okay, dann schauen wir mal, wen wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Cyclops, ich weiß nicht. Also, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der was Gescheites kann. Psyloc? Hm. Hm. Biest? Äh. Ja. Ähm. Biest, das olle Fehlknäuel. Äh. Man weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Bis dahin. Bye-bye. Ich hoffe, ihr hattet mal genauso gut Spaß an dem Kanadier wie ich. bara. Nein. Tunc dasu 갔chen. Also, wir haben ja kein Schlager jetzt mit Saleh, geschenkt. Seitdem mal die antтной Brως und völlig Geläge verreithsen Hause geht, malen und kurz, also, bis zu euch. S Vorschläge, leist, Ä mee gemeente, ich zum Beispiel hin- und au Indians ein discriminate怎麼 Vielen Dank.